Scheiße, die Bullen! Fuck, fuck, fuck! Haben wir noch ein nicht wiederbelebtes Haus da? Keins mehr? Gar keins mehr? Gar keins mehr? Wer hat das letzte Haus wiederbelebt? Hallo, habt ihr das letzte Haus wiederbelebt? Die antworten nicht. Die haben das letzte Haus wiederbelebt. Wenn die Klimagerechtigkeitsbewegung hier wäre, wir würden so den sofortigen Kohleausstieg machen. Aber die wissen, was sie tun. Ich sag mal so, die haben ein X gemacht, macht auch nicht jeder. Ich hab Respekt für die. Sind nicht alle da? Sind ein bisschen Otto geworden, aber kommen wieder, wenn es geräumt wird. Haben ein Haus wiederbelebt? Unnormal. Wenn jetzt Ende Gelände da wäre, wir würden so Bagger besetzen. Ist das dieses Litzerablet? Unnormal, dass ich das noch erleben darf? Ich habe das noch nicht.